Sagenhafter Odenwald, der RNZ-Podcast über Sagen aus unserer Region. Mein Name ist Noemi Giergler und gemeinsam mit Larissa Anton begebe ich mich wieder auf die Spuren regionaler Sagen und Legenden. Heute sind wir in Neckarsteinach und werden uns dort mit der Hinterburg auseinandersetzen. Denn die Hinterburg verbindet eine Sage mit dem Ochsenlager in Ziegelhausen. Und genau so heißt unsere Sage auch das Ochsenlager. Das Ochsenlager Auf einer der vier Burgen in Neckarsteinach lebte zu Zeiten der Kreuzzüge der Ritter Pläger von Steinach. Eines Tages schloss auch er sich einem der Kreuzzüge ins Heilige Land an und verließ seine Heimat für mehrere Jahre. Während seiner langen Abwesenheit heiratete seine untreue Frau jedoch einen anderen Ritter, mit dem sie zwei Kneblein bekam. Der neue Ehemann gab daraufhin den Befehl, die unschuldigen Kinder zu ertränken. Also steckte eine Magd die Neugeborenen in einen Sack und begab sich mit ihnen an den Neckar. Doch wie es das Schicksal wollte, kam just in diesem Moment der Ritter Pläger zurück in die Heimat und fragte die Frau, was sie denn in dem Sack habe. Ich muss zwei Katzen ertränken, antwortete die Magd. Doch der Ritter schenkte ihr keinen rechten Glauben und wollte sich selbst überzeugen. Als er der beiden Knaben gewahr wurde, erfuhr er von der Magd die Wahrheit, rettete die Kinder und gab sie daraufhin in Pflege. Auf der Burg empfing ihn die Gemahlin mit heuchlerischer Freude, der andere Ritter hielt sich hingegen versteckt. Als Bligger ihn dennoch aufspürte, ließ er den Mann gemeinsam mit dem untreuen Weibe an zwei Ochsen binden, woraufhin die Tiere die beiden über Stock und Stein zu Tode schleiften. Erst auf der Höhe Ziegelhausen blieben sie stehen und lagerten sich. Seither wird die Stelle das Ochsenlager genannt. Ich freue mich sehr, dass heute neben Larissa Anton auch Dr. Rüdiger Lenz wieder mit beim Podcast dabei ist. Er wird uns als Historiker eine kurze Einordnung zu dieser Sage geben und damit würde ich auch direkt einsteigen, denn wir haben ja jetzt von Bligger von Steinach gehört. Jetzt weiß ich aber, dass es mehrere Bliggers gab. Um welchen Bligger handelt es sich denn? Es gibt tatsächlich viele Bligger in den Stammtafeln. Es sind ja eigentlich zwei Geschlechter, die allerdings miteinander offenbar verwandt sind. Nach dem Wappen kann man das so sagen. Ich habe über 15 Bligger gezählt. Die meisten Bligger gehören zu den Herren von Steinach. Das war ein edelsfreies Geschlecht. Die Landschaften sind dann mit ihnen verwandt. Wie gesagt, nach dem Wappenbild, nach dem Wappenschild der Harfe kann man das so sagen. Bei der Frage, welcher Bligger es gewesen sein könnte, ist die Literatur bisher von Bligger II. ausgegangen, der in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts gelebt hat. Inzwischen wird auch behauptet, es wäre sein Sohn Bligger III. Jedenfalls hat einer dieser beiden Bligger auf dem Kreuzzug, den auch der Kaiser Friedrich Barbarossa teilgenommen hat und auch dort umgekommen ist, in einem Fluss ertrunken ist, teilgenommen, sodass man entweder zu Bligger II. oder Bligger III. sich entscheiden muss. So weit ist das ja jetzt zeitlich nicht auseinander. Lässt sich vom Bligger her ableiten, um welche der vier Burgen es sich gehandelt haben könnte? Ja, da stellen Sie einem Historiker wieder eine sehr schwierige Frage. Die vier Burgen zu Neckarsteinach, das ist also, wenn man in der Flussrichtung denkt, ist es zunächst die Vaterburg, die steht ziemlich nah bei der Stadt. Dann kommt die Mittelburg, dann kommt die Hinterburg und ganz am Ende Schadeck oder Schwalbennest. Die Hinterburg wurde bisher als die älteste Burg eingeschätzt, eingeordnet, sodass man sagen könnte, dass diese Burg mit dem Bligger, dem zweiten oder dem dritten zusammenhängen könnte. Könnte, sage ich. Und wenn wir den Bligger und die Burg so ein bisschen fassen können, hypothetisch, können wir auch die untreue Frau des Ritters historisch einordnen oder liegt das völlig im Dunkeln? Ja, wissen Sie, bei den von Historiken ermittelten Tafeln sind zwar oft die Männer, das heißt die Männer erwähnt, leider nicht die Frauen, sodass man nicht zuatmen könnte, welchem Geschlecht die Frau, die Ehefrau zugehört hat. Ich halte diesen Part der Sage für sehr gewagt. In einer Gesellschaft, in der nicht die Person, sondern die Familie, die Sippe im Vordergrund stand, ist eigentlich eine untreue Frau, die auch noch von einem anderen Mann Kinder empfängt, in meinen Augen nicht haltbar. Warum genau? Bei dieser Zeit steht nicht die Person im Mittelpunkt, sondern die Sippe, die Familie, sodass bei den Adels, bei den Hochadels oder bei den edelfreien Geschlechtern immer auch die Interessen der Sippe mit im Hintergrund spielen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Ehefrau in einer solchen Weise sich einem anderen Mann zugeneigt hätte. Auch wenn man denkt, dass es auch eine kirchliche Beziehung gab, das wäre sicherlich auch von der damals vorherrschenden kirchlichen Interpretation gar nicht denkbar gewesen. Aber könnte nicht genau so ein Fehltritt der Grund sein, warum man die Kinder loswerden wollte? Ein Fehltritt? Wie gesagt, ich halte das für undenkbar. Hat das dann was mit der Erbreihenfolge zu tun oder wie hängt das dann mit der Sippe zusammen? Es hängt sicherlich mit den Machtinteressen der Geschlechter zusammen. Und es wurden ja auch oft Ehen gestiftet, weil man bestimmte Machtpositionen damit absichern wollte, sodass eine untreue Ehefrau da vielleicht gar nicht so. Man kann sich gar nicht vorstellen. In der Sage klingt das schön. Es ist natürlich für den Ehemann nicht gerade schön, wenn er nach Hause kommt und seine Frau quasi ertappt, dass sie ihm untreu gewesen ist. Aber mit den Augen der damaligen Zeit betrachtet kann ich das oder würde ich das ausschließen? Also ich habe diese Sage ja verfilmt und auch selbst diese untreue Ehefrau gespielt. Es steht ja im Sagentext, dass sie nach einer langen Abwesenheit von ihm einen anderen Ritter geheiratet hat, weil sie ihn wohl für tot hielt. Und dass das durchaus realistisch ist. Es sind ja nicht wenige im Kreuzzug auf der Strecke geblieben, die nie wieder heimkamen, sei es, dass sie tot waren oder nicht zurück wollten, je nachdem, wenn sie zu Hause nichts zu erwarten hatten. Und dass man dann auch von den Frauen nicht erwarten konnte, dass sie ewig keusch bleiben und unverheiratet. Kinder von ihm sind ja auch nicht erwähnt. Vielleicht hatte sie ja auch keine Kinder, keine Erben und zumindest laut der Sage war sie zumindest am Ehebund mit diesem neuen Ritter verbunden. Ist es da noch Ehebruch? Man weiß es nicht. Es war wenn, dann Bigamie. Aber ich muss ein bisschen die Lanze für diese Frau brechen. Allerdings nicht für ihren Kindermord, um diese Kinder dann da loszuwerden. Wie sieht das der Historiker? Die Frau hat ja nach der Sage einen anderen Ehemann, aber der hat sich ja vor dem zurückkommenden Ritter versteckt. Das heißt, das ist für mich schon ein Hinweis, dass das eine gekünstelte Geschichte ist. Aber ich akzeptiere auch eine Interpretation in der Sage, dass eben eine Frau im Hochmittelalter auch untreu gewesen sein könnte. Und auch Frauen natürlich, wenn der Mann so viele Monate, vielleicht Jahre auf einem Kreuzzug sich befindet, dass bei einer Frau auch wie bei einem Mann Bedürfnisse bestehen, das akzeptiere ich auch. Dass das Ganze jetzt nicht so ganz legitim war, können wir der Sage ja auch dadurch entnehmen, dass die Spuren dieser Beziehung, die Kinder ja versucht worden sind umzubringen und damit aus dem Wege zu räumen. Nun ist es ja kein ganz so seltenes Motiv, das wir haben. Es gibt ja ganz in der Nähe auch noch eine weitere Sage mit sehr, sehr ähnlichen Motiven. Larissa, wo spielt die? Ja, die spielt auf der Burg Hundheim in der Nähe des Neckarhäuser Hofs. Da steht eben eine hochmütige Gräfin von Burg Hundheim, hat dann sich einen Geliebten angelacht, während der Mann auf Kreuzzug war und hat diesem mehrere Kinder geboren. Um eben das Zeugnis ihrer Schande zu beseitigen, hat sie die Kinder in einem Korb im Neckar versenkt, wurde dabei aber beobachtet von einem Mann. Also es gab in dem Fall einen Zeugen, der sie eindeutig identifiziert hat. Und später kommt dann der Ritter eben zurück und hört überall die Geschichte, die dieser Zeuge überall erzählt hat, kann das aber nicht glauben, dass das seine Frau getan haben soll. Aber schließlich stellt er sie zur Rede. Nachdem er vorher diese ganzen Verleumder geschwollten hat, merkt er an der Reaktion seiner Frau, dass sie doch irgendwie schuldbewusst ist und letztendlich gesteht sie dann ihre Untat und dann wird die entmenschte Mutter eben am roten Bild, das ist ein Bildstock, der heute da noch steht, zu Tode geschleift. Also eine sehr, sehr ähnliche Symbolik. Besonders weit liegen die beiden Orte auch nicht auseinander. Wo befinden wir uns denn zeitlich, wenn wir über die Burg Hundheim sprechen? Das ist auch eine Hochadelsburg. Der Burgname ist ja auch gekünstelt. Man zieht sich ja auf die Hunde, die erdrängt werden sollten. Den echten Namen der Burg wissen wir gar nicht. Die Reste dieser Burg wurden vor einigen Jahren ausgegraben. Und dann hat man, jedenfalls zum Teil ausgegraben, da hat man einen sehr schönen, vieleckigen Turm festgestellt und ein weiteres Gebäude. Und diese Burg war mit sehr hohen Kosten erbaut worden und wurde dann niedergelegt. Sie war nur etwa 50, 70, 80 Jahre bewohnt. Und die Burg wird in das 11. und 12. Jahrhundert gerechnet. Ähnlich wie der Dielsberg, ähnlich wie die sogenannte Vorderburg bei Eberbach, weit ab von menschlichen Siedlungen. Warum die Burg niedergelegt wurde, ist nicht ganz so bekannt. Eine Theorie geht dahin, dass es Streitigkeiten waren, die der damalige Kloster Vogt, der den Grafen von Hohenberg-Hennenberg zugehörte, hatte und deshalb seine Burgen niedergelegt wurden. Aber wie gesagt, die Burg war sehr mit hohen Kosten erbaut worden. Und es ist wirklich etwas zu überlegen, warum man dann eine Burg, die man mit so hohen Kosten erbaut hat, nach 50 bis 70 Jahren wieder niederlegt. Da muss irgendetwas passiert sein, was in der herrschaftlichen Entwicklung gestört hat. Und dann ist man zu diesem Radikalschritt gegangen. Wie gesagt, es wurde dann festgestellt, anhand von schriftlichen Quellen, dass es Streitigkeiten um den Kloster Vogt gegeben hat, einen Grafen, und dass man ihm dann die Burg im Grunde genommen hat. Es sind allerdings bei der Burg keine Spuren gefunden worden, die auf Kämpfe deuten, sondern nur beim Abbruch hat man den Turm zum Teil mit Brand zerstört. Das hat man festgestellt. Die beiden Sagen sind einander ja sehr, sehr ähnlich. Könnte es sein, dass sie auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgehen? Tja, das ist durchaus denkbar. Oder man hat es von der einen Sage weitergeschleppt zur nächsten und wurde dann im Laufe der Zeit, der Jahrzehnte, Jahrhunderte, dann immer um ein bisschen angereichert, sodass es immer schwierig ist, die historischen Kerne eigentlich herauszukristallisieren. Das Interessante finde ich jetzt, Sie haben ja erzählt, dass der Originalname der Burg Hundheim gar nicht bekannt ist. Heißt das, dass tatsächlich der heutige Name auf diese Sage zurückgeht? Das kann man so sagen, ja. Die Menschen wussten, die in der Lanzenbach wohnten, dass es da oben eine Burg gibt. Es gibt auch unten in Lanzenbach ein ehemaliges Gasthaus, das sich Hundheim genannt hat. Also ist es durchaus denkbar, dass der Burgname oder der Name aus der Sage oder dieses Symbol aus der Sage auf die Burg übertragen wurde. Es gibt auch die Theorie, dass die Burg einfach nur so wie bei Eberbach auch nach einem Flussnamen benannt wurde, nämlich nach der Lanzenbach. Ist auch denkbar. Wenn wir nicht wissen, was da vorgefallen ist, dass die Burg aufgegeben worden ist, wenn wir keine Anzeichen für eine kriegerische Übernahme haben, könnte es auch sein, dass das Adelsgeschlecht verunglimpft worden ist und dass wir es, wenn wir schon darüber gesprochen haben, wie unrealistisch es ist bei dieser Ständegesellschaft, dass eine Frau so etwas überhaupt tut. Könnte es sein, dass wir es mit einer üblen Nachrede damals zu tun hatten, die sich in der Sage niedergeschlagen hat? Das wäre eine denkbare Lösung oder eine denkbare Antwort, wenn man einkalkuliert, dass diese Burg eben niedergelegt wurde und dass der frühere Burgherr, der, wie gesagt, dem Grafen von Hohenberg-Henneberg zugehörte, dass man ihm alles weggenommen hat und dass man vielleicht im Nachhinein ihm noch etwas damit unterstellen wollte. Das ist denkbar, aber bleibt ausschließlich eine Vermutung. Dann kommen wir noch mal zu den greifbareren Motiven zurück. Wir hatten es ja jetzt über das Ertränken der Kinder, aber worauf wir noch gar nicht eingegangen sind, sind die Ochsen, die dabei eine Rolle spielen. Denn beide Male wird ja die untreue Frau zu Tode geschleift. Kann man da vielleicht davon ausgehen, also mir ist aus späterer Zeit eine sogenannte Malefizordnung bekannt, dass für ein gewisses Verbrechen eine gewisse Strafe verhängt worden ist. Kann man so früh schon davon ausgehen, dass es so etwas gab? Die ältesten fassbaren Malefizordnungen, das ist eigentlich der mittelalterliche Name für das Strafgesetzbuch, sind seit dem späten 15. Jahrhundert kodifiziert, also schriftlich gefasst worden. Es gab tatsächlich sowohl nach der Karolina, also der Reichsmalefizordnung, wie nach der kurpfälzischen Malefizordnung, die 1582 publiziert wurde, bei einem Vergehen, einem mehrfachen Mörder, die Strafe, dass man ihm neben dem, das Leben hatte er dann sowieso verwirkt, er wurde dann mit einem Schwerz zu Tode gerichtet, dass man ihn zudem, ihn dann noch von, wie es in der Reichsordnung Karolina heißt, von unvernütlichen Tieren hat zur Richtstätte schleifen lassen. Aber das heißt nicht, dass die Tiere ihn getötet haben, sondern er wurde nur, um ihn zu demütigen, von den Tieren zur Richtstätte geschleift und dann dort hat man ihn dann mit dem Schwert zum Tode gebracht. Aber das Motiv des Mordes haben wir ja gegeben. Dementsprechend könnte das eventuell eine Übertragung sein. Aber die Ochsen, dass Ochsen jemanden irgendwo hinbringen, das taucht ja auch noch in anderen Sagen auf. Larissa, kennst du da Parallelen? Ja, wie gesagt, diese unvernünftigen Tiere sah man manchmal auch als von Gott gelenkte Geschöpfe an, die entweder dann den Bauplatz einer Kirche bestimmten oder die Grablege zum Beispiel von der Heiligen Nordburga. Dort wurde dann auch eine Kirche gegründet, eben über ihrem Grab, aber auch als Vollstrecker von Todesurteilen, wenn Menschen gegen Natur und Gott gefrevelt hatten, wie diese untreue Frau. Ich kann mich auch erinnern, in manchen Legenden wurden Menschen von Ochsen gevierteilt, dass die Ochsen dann wirklich auch zum Vollstrecker dieses Urteils wurden als unvernünftige Tiere. Über die Burg Hundheim haben wir ja jetzt schon ein bisschen gesprochen. Das Ochsenlager ist in der Nähe von Ziegelhausen verortet. Ich muss jetzt zu meiner Schande zugeben, dass ich selber noch nicht da war. Larissa, du hast es aber mal versucht zu erreichen. Was ist da heute noch zu sehen? Ja, ich glaube, die meisten Menschen auf diesem Planeten waren noch nicht da, denn es führt eigentlich kein Weg dahin. Ich habe es nur anhand der Flurbeschreibung auf der Wanderkarte gefunden, durch Holzwege mit Oberschenkel, hohem Gras und Farn mich gearbeitet, dann quer in den Wald durch Bäume und Gestrüpp. Es führt dort kein Weg hin. Also man weiß nicht, wie der Wald damals war im Mittelalter, als man sich das vorgestellt hat bei dieser Sage. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Ochsen jetzt nicht die Hauptwege benutzt haben, wenn sie wild waren, sondern auch quer durch den Wald und haben dann diese Lichtung, die immer noch sehr schön ist, erreicht und dann gedacht, hier lassen wir uns nieder. Das heißt, was wir in der Sage haben, über Stock und Stein geschleift, trifft eigentlich bis heute zu. Genau, und vor allem Stahlberg hoch. Und lohnt es sich, da hinzulaufen oder ist es eher anstrengend und man geht dann eben doch zum Roten Bild, zur Burg Hundheim? Also wer Abenteuer liebt und gegen Zecken geimpft ist, kann das gerne versuchen. Ansonsten empfehle ich die markierten Wanderwege zum Roten Bild. Nachdem wir jetzt drei Folgen an sehr spezifischen Orten waren, wird es nächste Woche weitergehen mit dem sogenannten Weihnachtswasser. Das ist ein Sagenkomplex, der wirklich ganz Deutschland und auch über die Grenzen hinaus umfasst. Und was es damit auf sich hat, das erfahren Sie in der nächsten Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017